hallo und herzlich willkommen zurück bei outriders endgame ja wir wollen halt mal wieder weiterspielen mein ziel oder unser ziel ist es hoffentlich dass wir heute mal rang 11 vollziehen oder so positiv denken in die zukunft gehen aber während des ladebildschirms hat der benny auch schon was zu sagen ich habe jetzt auch ein kanal ich bin jetzt auch krasse let's player namens benet 720 720 wir machen euch das mal oben rechts in die ecke da könnt ihr mal vorbeischauen ich habe nur sechs abos ich hoffe nach dieser folge habe ich sieben sonst bin ich voll traurig ja genau ende eigenwerbung musste ich noch irgendwas tun ich glaube nicht so ich hab doch hier wie ging das noch mal ich weiß nicht ich habe nichts ich kann tatsächlich so direkt los ich habe noch irgendwas damit das kriegst du das auf ich gebe dir gleich mit der flasche ich bin voll verrückt ich komme ich noch mal rein in die in das menü die muss hier hinten gehen wo ist denn die mit dem auto hier hä wieso was ist mit der die macht das ich gebe dir eine flasche und dann kannst du dir auf den kopf zerrücken hä nee oder doch war es ernsthaft hä die redet nicht mit mir ich glaube bei mir ist jetzt hängen geblieben ja aber ihr bewegt euch doch du musst b überspringen machen ja das geht nicht hä guck mal ich kann ja aber gar nichts mit der machen die machen wir das mit dem truck dingsen und dann musst du ganz oben im maut das unten drunter ist das mit der flasche das hier oder altklasse das kannst du dann irgendwo hin machen ich glaube bei mir hat es abgekackt ich weiß überhaupt nicht wo ich ach so so geht das ist aber ich gehe mal auf die startseite ne mist schmeiß mich mal raus hä damit ich nicht spiel neu starten muss ja warte aus gruppe werfen da sind jetzt einfach deine waffen runter gefallen ja 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 da liegen deine waffen hier da ach da die sind einfach so runter gefallen soll ich wieder gucken ob ich dir einfach beitreten kann sie müsste gehen ja aber wie kann ich ihn hier noch mal das mit den emotes machen steuerkreuz links lad mich noch mal ein steuerkreuz links ok ich hatte nämlich eben ganz komischen backmann ich konnte nichts mehr bestätigen ich habe in dem gesprächsdialog mit der chana 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 festgehoben und ich nicht gerade mich gerettet sonst hätte spiel neu starten müssen glaube ich länger gedauert als wenn sie mich einfach kurz kriegt immer diese nudes die nichts hinkriegen so warte mal ich habe jetzt das hier auch komm mal her ich bin verrückt was weißt du von mir warte mal ich komme ein stückchen näher ran warte stress willst du stress ist das bescheuert los komm wir machen jetzt endlich mal was hat lustig zu prügeln ach ja du hast lustig zu prügeln wir haben das letzte mal ja das sternen grab gemacht wollen wir jetzt mal was ganz verrücktes machen aber wir haben das alles schon gemacht palast der dürre haben auch gemacht das letzte mal hier gibt es kein signal wollen wir mal hier vorne anfangen beim verfallenen turm ja können wir machen wollen wir den auf 10 oder 11 wollen wir lieber auf 11 10 probieren wir machen zweimal auf 10 und einmal auf 11 ok ok gut playstation sagt auch ja ich hätte nämlich gerade die cd wieder angemacht gustavsushima wurde aktualisiert läuft jeden tag um 11 ach ich muss mich noch umziehen ich habe letztens wo ich allein gespielt habe habe ich hier umgestellt damit ich das hat er wieder allein gespielt ich habe ein bisschen gesammelt schwannerei ich muss mich mal kurz umziehen ach ja und daher muss ich noch umziehen ja aber ich habe die anderen skills reiten gemacht um die auch mal zu löffeln die ich sonst nie benutze sehr her sehr her sehr her so warte kurz kürz ok ich warte kürz waren das meine handschuhe ja du musst mich daran erinnern dass ich dich auch wirklich oben in die ecke mache mach mich bitte in die ecke in die ecke so und daher muss ich umziehen wir sehen jetzt mal wie er sich umzieht hast du dich schon hast du dir was anderes angezogen ich habe mir die anderen handschuhe angezogen na toll die die fähigkeiten muss ich umstellen ach stimmt nicht ich habe mir die erruption und überhitzung rein gemacht ok also ich erkläre mal was er gerade macht ähm er guckt sich gerade die fähigkeiten an und hat jetzt die brandbombe mit reingenommen und die erruption hast du die lavageschosse gell ne die erruption habe ich rausgemacht die hatte ich nur was ist denn das dann ascherdetonation oder was ne das ist felserstrahl achso ok felserstrahl also benny spielt mit felserstrahl lavageschoss und brandbombe und ich hitzewelle verzerrendes feuer und brandbombe und jetzt geht es ab hier besiege den kipp jetzt schon ich bin verwirrt ich habe immer das gefühl wir haben das noch nie gespielt oh 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 da ist aber irgendwo wieder so ein typ hier wie heißen die ein kipp nicht ne äh so ein aufklärer typ hast du ihn umgebracht äh weiß ich nicht ich habe es gefasert da oben ist er irgendwo wo ne hier ist er angebrannt wääh hilf uns der bringt mich um wo die wieder reinkommen hier die sind immer so im durcheinander hey die haben mich einfach zerhauen ich glaube ich bin halt voll schlecht gegen da ist noch eine da hinten so ist es oh ja der der macht mich hier der visiert mich an ach der rennt da ne der ist da oben achso jetzt ist er weggerannt oh öffnen wir das tor haben wir den kippen und hofer scheinbar oh hier ist immer noch ja hier oben ist noch so ein weidmann ne hier sind zwei totenköpfe dabei ach hier der klackerer klackerer ist wieder da das ist das die 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 Da ist auch eine. Ich bin fast tot. Ich glaube nicht. Du bist ja stark, ich bin nicht davon. Wow, wie viele Totenköpfe sind das denn? Die anderen sind keine Totenköpfe, glaube ich. Die sind immer so komisch, oder? Ach, die hier sind das. Was ist denn die, ne? Trennen die nicht? Das sind so hübschelige Züge. Die Penne. Ja, wo sind die denn? Das sind voll viele Sniper. Ah, hier ist ein Käpt'n. Aber ich glaube, wir haben das schon gar nicht mehr mit dem Käpt'n. Seltsamerweise. Aber der ist hier auf jeden Fall. Oh, ich bin reingerannt. Super. Eieiei. Ich bin hier vor der Winze, glaube ich. Oh, die sind alles zu schwer, aber. Oh, die sind alles zu schwer, weil. Na. Boah. Der fällt aber viel aus. Kango-Dingspunster. Kangs. Was steht da? Juhu? Nee. Ach, das ist auch so ein Totenkopf-Typ. Oh, oh, ich bin das tot. Kangs. Irgendwas versteht. Was ist denn los? Ja. Ja. Die sind raus. Sie haben zu lange gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das rauskommt. Kangs irgendwas. Jagdmeister. Ach, vielleicht kämpft man hier gegen Kang. Der Kang hatte noch geliebt. Stimmt. Der Kang. Das war auch so eine von den vielen Endgegnern, die einfach gar nicht mehr aufgetaucht sind. Total bescheuert. Im Base-Game. So. Wer hat noch eine Idee von coolen Endgegner? Der kommt nicht ins Spiel. Machst du auf? Ich hab nämlich nicht aufgenommen. Ich muss jetzt nur beide hier warten. Oh. Das ist eine Frau. Die sind wie so furig. Oh. Hallo. Bitte nicht nur überschieben. Oh. Hallo. Stopp ist. Oh. Der ist umgefallen, der arme. Oh. Da ist ein Klack. Ne, das ist kein Klack. Aber was? Oh. Ja. 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 Ich konnte durch die Wand schießen. Boah. Mit deinen Lava-Dingern? Ja. Ne. Mit den Dings. Ne. Hinten. Das war da. Oh. Oh. Boxt dich. Ah. Da ist er schon. Zerfall. Ach. Zerfall. Ach. Da ist noch einer. Wieso treffe ich nicht? Ach ne. Was ist denn hier schon? Ach ne. Jetzt kommen die ganzen anderen wieder. Oh Scheiße. Oh. Oh. Was ist denn jetzt los? Nein. Es ist doch mal komisch, dass der Kugel dieses Kugeln tut. Nein. Es ist doch mal komisch, dass der Kugel dieses Kugeln tut. Ja. Vor allem. An sich ist ja eigentlich voll Platz, aber die bleiben halt da stehen. Sie kommen alle in eine Reihe. Ja. Vielleicht haben die so schlechte Sicht und die denken, ach man muss hier zusammenbleiben. Engelaufen. So. Öffnet das Tor. Wir sind halt viel zu weit weg vom Tor. Ja. Läuft alles. Läuft alles. So. Ich mach's auf. Okay. Dann mach ich hier mal schnell das hier. Glühbirchen. 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 Och. Nicht so ein Scheißwitter. Stimmt. Das war ja hier. Ach ne. Immer das Ding. Aber, nicht so der Kugel hat einen Scheißwitter. Also, ich könnten die in die... Gleich so wie in die Alpha? Ich glaube, dass du die zwei Teile, äh, ne. Ich bin gleich so ein Alpha, oder die zwei Teile. Ich bin die zweite Teil, könnten sie also so machen wie bei Borderlands und diese Kammerdäckung. Das sind doch auch viel viele Kammern dann da. Ja. Da sind doch auch viele Kammern dann da. Ja. Oder ganz viele Welten. Die Menschen auch noch kaputt machen. Ja. Da haben wir genug für meine Äh, äh, genug für meine die Kammer. Ja. Ja, wo ist er hin? Den hört nicht. Was ist er? Wo ist er aus dem Kreis raus, Mister? Eieiei! Jetzt macht's voll ziemliche Geräusche. Hä, wo sind die da? Sech! Ich geh gar nicht raus auf dem Kreis, das scheiß Elf was. Eieieiei! Jetzt ist er zu mir gekommen. Ja, ich mach so lange hier drüben die. Hier noch einer. Ganz hinten war noch einer. Ist okay. Es geht nicht schneller, wenn wir zu zweit drin sind, oder? Nee, ich hab's gehofft, aber... Wir sind immer noch so weit oben, das Ding. Vielleicht haben wir... Ich wollt grad sagen, vielleicht haben wir mal Glück, sonst kommen keine mehr. So, was wär's ja. Ich hab voll der geile Bank. Hey, hört mal auf! Klappe, klappe, geht! Was ist das? Was ist das? Doch, wie viel hält denn der aus hier? Oh, wie sie einfach nachkommen. Ein bisschen ungeil. Oh! Oh! Oh, du, du, du! Hei, hei! Oh, du, du, du! Das könnte ich doch nicht machen, so. Ja? Hmm. Ich frage mich gerade, hier kamen ja nicht immer drei Gegner wählen irgendwie. Ob die einfach immer kommen oder ob immer mal ein paar weniger kommen. Ich bin ja ganz sicher. Sollen wir die da leben lassen? Weiß es bringt was. Vielleicht. Ich mach so lange mal hier den Ton ein bisschen leiser. Ich hab den einen angebrannt. Oh es ist die Kamera aber schon wieder neue. Komm schon wieder. Oh eine Bruchmutter. Ich versuch so viel wie möglich auf mich zu ziehen. Ja ich versuch hier gerade im Kreis zu bleiben. Aber die doofe Bruchmutter ist leider hier. Die will mit mir im Kreis spielen. Oh rei. Hey. Sag mal. Wieso boxten die mich auch? Das empfinde ich als äußerst unschön. Habe ich eigentlich die Rüstung vorlettern? Weißt du das? Tja oder? Du siehst es wenn du dich heulst und unten taucht so eine Rüstung auf. Achso dann hab ich das. Nein. Sieht aber schon mal. Hey. 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 Habe ich nicht sterben. Bitte nicht. Nein. Hat mich umgehauen. Soll ich lieber? Ich kann dich gerade nachholen. Das sind viel zu viele Alphas. Na gut. Wir gehen ja eh gleich wieder ins nächste Level. Asculap Rang 1 hab ich gemacht. Was ist Esculap? Ich weiß nicht. Hey, wieso sind denn die Alphas eigentlich blau? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Boah, hast du voll getrunken. Oh, ich hab ihn umgebracht. Das ist ja mal komisch. Ach, ich hab die andere Waffe doch nicht benutzt. Jetzt ist er aber unten, oder? Ich hoffe so langsam. Dann müsste da oben das Tor aufgehen. Ja. Oh, jetzt. Beobachten, gedrückt halten. Wir wollen doch nicht beobachten. Ich frage mal, der Blutspur, das ist immer gut. Wir waren ja schon mal, gell, bei der Blutspur. Haben wir es nicht geschafft vielleicht? Ach ja, das war das, wo wir den einen dabei hatten, wo wir es nicht geschafft haben. Der verfallene Todesturm, hab ich's genannt. Die Folge. Aber jetzt sind wir mal Rang 10. Das letzte Mal waren wir noch halber Rang 9. Haben wir schon was heißen? Ne, der hatten wir jetzt mal auf 10 versucht. Wir haben es nicht geschafft. Aber da waren wir noch schwächer. Ja. Jetzt haben wir ja 10 schon mal geschafft. Ja. Jetzt sind wir so stark. Du bist. Ich bin voll am Rollen. Boah, die sind voll viele. Gifte. Oh ja. Gifte. Ich bin mal die anderen Waffen, glaube ich. Oh. Pssst. Ich bin gegiftet. Oh nein, die haben hier einfach... Oh man, die... Wie sie einen im Übelst anspringen. Vor allem 5 Stück auf einem Haufen. Ach, ich bin jetzt grad als die andere Waffe mehr gegangen. Also die Fallen oder was? Ja. Boah, jetzt sind sie. Hier, mach deinen Strahl. Du hast einen hergestellt. Ich hab grad schon in die hergestellt. Verdammt. Jetzt kann ich wieder. Boah. Wee. 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 Wir müssen jetzt schaffen. Moment hier. Oh. 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 Das ist geil. Du musst gleich mal sterben. Oh. 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 Nein, 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 nein. Ich komme nicht weg. Achtung, ich mache Strahlung. Ja, aber ich komme nicht weg. Ich habe einen erschossen. Die haben dich voll eingekesselt. Ja, ich habe es aber noch rausgeschafft. Wieder auf. Der doofe Gift heilt mich. Ich kann nicht verwendet werden. Ich gebe euch. Okay. Sie sind die Gegner, oder? Ich hoffe. Normalerweise war hier so ein großer. Und wir hatten den auch. Okay, also ist sie noch nicht mal die Endgegnung. Ja, doch, das ist bestimmt, wenn das jetzt eine Kaiserin ist. Hä, seit wann sind wir hier? Brutfürstin. Haben wir an, die unsere Tieren teleportiert? Scheinbar. Ich bin bei so der Stelle immer nicht sicher, ob man erst die ganzen Alphas töten sollt, oder erst ganz schlecht. Aber ich glaube, fast die Alphas wären richtige, weil die einen auch immer so umhauen. Ich sehe überhaupt nichts. Oh nein. Das ist ein Arsch. Das ist ein gutes Dienst. Ich muss eigentlich raus, ey. Ich muss mit einem mit. Ich muss das schon irgendwie schaffen. Oh nein, ich habe zwei. Verdammt. Nein! Oh oh, was ist jetzt los? Oh, Kriecher auch noch! Oh Gott! Oh, es hat gehangen! Oh, Hilfe! Oh, ich bin fast tot! Oh Gott! Oh, die Strahle hat funktioniert! Nein, der Kriecher hat mich gediebt! Ich hole mich lieber zurück, oder? Ja, wenn es geht! Es sind viele, da kann ich dich nicht holen! Oh nein, die mich einfach direkt gehackt hat! Ja, die Große ist gleich tot! Oh, der scheiß Kriecher! Ach, der ist hier, der Kriecher! Ich bin direkt neben dir! Oh, hier ist er! Ich muss meinen Lover geschossen für sie nehmen! Nee! Ich bin direkt reingerannt, verdammt! Strahle! Ich glaube, die Fette ist tot! Hä, ich hänge? Wieso machst du deine Rolle nicht? Ja, die drei Kriecher sind nur auf einem Haufen! Ich mach die grad von hinten! Ja, ist ja gut! Der doofe Alpha hier muss noch direkt hinter alles! Oh, jetzt ist er gleich... Nein, der ist rausgesprungen! Oh, Nachlade! Nein, die haben mich während dem Strahlen eingefroren! Ja, wer ist rausgekommen, nachdem ich irgendwann mal bin! Ich hab gedacht, mein Strahlen wäre jetzt weg! Und der eine ist tot! Boah! Ja, der hat den anderen auch Schaden gemacht! Ja! Der hat vorne schön auf diesen komischen Rüssel da! Ja! Sein Kopf hängt unten! Ja! Ja! Da ist aber noch einer drin! Ja, da sind noch zwei! Ach, da sind noch zwei! Aber jetzt ist es gut! Die haben sich voll eingekesselt! Ja, der ist auch tot! Hier ist noch so ein kleiner Stinker, den mach ich mal schnell! Ah, der ist tot! Oh, ich glaub ich hab Fliegende gesehen! Ja! Oh ja! Direkt hier bei uns! Ja, ich hab hier auch grad einen vermangelt! Oh, und so ein Gigant ist auch dabei! Eieiei! Oh ja! Stimmt! Aber wir müssen die Fliegenden schnell wegmachen! Ja, zwei sind tot! Dahinten ist noch einer! Die haben schon mal angesteckt! Well! Sterb, sterb! Oh! Er sterbt! Okay, die Fliegenden sind tot! Nein! Gigant, hab! Nee, da sind noch welche! Ja? Ja, noch zwei! Nee! Aber der eine, der müsste gleich tot sein! Strik! Strik! Der ist jetzt zu fallen! Hier ist noch irgendwo einer! Wo ist er? Ah! Welche Richtung! Hier ist doch einer aufgetaucht eben! Ja genau, das war der von links! Hast du einen Rohn noch? Ja! Der liebe Gigant, ey! Der ist genau in den Felsentstrahl! Ah, der Gigant macht's auch nicht mehr nah! Da ist jetzt zu fallen! Jaaaah! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Doch 19 Minuten! Brutfürstin! Tiago, das Monument ist sicher! Hab die Kapsel! Du hast es geschafft! Und Kings Kämpfer sind auf der Flucht! Für den Moment! Ach, Kings wieder entkommen! Natürlich ist auf der... Du bist zurück und misch dich schon wieder ein? Hast du immer noch nicht genug? Sicher nicht! Bist du sie aktivieren oder soll ich? Mach gut! Du bist gut! Das hätte ich nie bezweifelt! Ich fand's irgendwie nicht! Achso! Das war doch sehr erfolgreich! Ja! Und jetzt machen wir noch 1 auf 10 und dann... Obwohl wir können auch 3 auf 10 machen und 1 auf 11! Aber ich glaube ich hab nichts Gutes! Ja! Mach ich auch nicht so richtig! Also nur ein bisschen Lila habe! Kein Gelb! Okay! Geh ihn mal zurück! Oder? Willst du noch gucken? Kannst du auch mal Outrider Lager gucken? Ja, kann ich auch! Ist ja okay! Guck ich mal raus, Rider Lager! Hä? Ich hab mehr Läden? Kriegt mehr auch mehr! Hä? Wie meinst du? Achso! Weil wir die Rüstungen aufgelevelt haben und so! Ich hab auf einmal fast 19.000 Leben und ich hatte die ganze Zeit 16.000! Also muss ich irgendwas verbessert haben, wo Leben drauf waren! Achso! Guck mal da! Ich hab 18 Millionen sogar Schaden gemacht! Durch Claymore und Brandbombe! Da geht noch was! So! Jetzt gucken wir mal, was wir hier haben! Diesmal hab ich dem Fäserstrahl übelst viel gemacht! Aber ich konnte auch voll durch die Härten immer! Fäsern! Ja, der Fäserstrahl ist gut bei so, wenn so ganz viele Härten kommen, grad die kleinen! Ich haut's direkt weg! Ich haut's aus den Socken! Ich überleg, ob ich mir was reinmach und den Fäserstrahl verstärk! Hm, wieso willst du nicht? Ja, ich hab alles auf Lava geschossen so eben, aber der Fäserstrahl ist schon sehr heftig! Achso! Ich guck mal, was es so für Skills gibt! So, ähm, so lange lese ich mal den Tagebuch-Eintrag vor! Von der guten Brut-Dingsbums da! Tobender Gigant? Ne, das will ich nicht lesen! Das haben wir schon gelesen, oder? Ein gefährlicher Gigant, der den metallreichen Höhlenkomplex in der Trümmerzone und dessen Umgebung durchstreift! Die Bergarbeiter, die Corrigan zum Abbau der Erze herschickt, dürften für die Kreatur leichte Beute gewesen sein! Sie hat sie offenbar in tobender Wut in Stücke gerissen! Inzwischen ist die Region zu ihrem ständigen Jagdrevier geworden! Aber, guck mal, uns fehlt hier sogar noch eins! Ist das hier Brutfürstin? Diese Kreatur hatte sich bei dem heiligen Monument in den alten Ruinen eingenistet! Auch wenn sie sich im Schutz der Mauern des Monuments sattgefressen hatte und fett geworden war, war sie deshalb nicht weniger tödlich und nicht weniger wütend darüber, dass sich eine Landekapsel auf ihr Gebiet verirrt hatte! Der Name für diese Kreatur, die in einer derart entlegenen Gegend lebte, praktisch in einem Turm eingeschlossen, bot sich von selbst an! Zum Pech der Fürstin warst du schneller als ihr Ritter in glänzender Rüstung! Oh Gott, ey, ist das schlecht! Okay, ja, hier hat man eigentlich noch einiges zum Lesen, aber machen wir jetzt erstmal nicht! Wollen wir erstmal ganz kurz beenden? Können wir tun! Also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid! In der nächsten Folge geht es natürlich weiter mit einer neuen Mission auf Rang 10 wahrscheinlich! Ja, wir machen nochmal eine Folge auf Rang 10 und dann müsste ich wahrscheinlich komplett 46 sein, dann fühle ich mich saustark und dann können wir weitermachen! Okay, also habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis morgen! Tschüss! Tschüss!